Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Battlefield 4, die Singleplayer-Kampagne. Ich habe gerade das Spiel gestartet, in Schwer, denn da stand, wenn man Erfahrung als Shooter hat, dann soll man das in Schwer spielen. Und okay, dann machen wir das doch einfach mal. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war oder eher nicht so, aber wir werden sehen. Und genau wie Multiplayer lädt es etwa ewig. Ja, super, komische Musik. Ach nö, bitte, warum muss in jedem Spiel mittlerweile lizenzierte Musik verbaut sein? Die wollen einfach nicht, dass wir, Let's Player, diese Musik, äh, diese, diese Spiele Let's Playen, oder? Außerdem, who the fuck cares über ein Intro? Gib mir das Spiel. Mäh. Oh Mann, ich will nicht zu diesem Song stehen. Hey Irish, weißt du was für Fische, die im Barco haben? Hm, hm. Negativ, Staff Sergeant. Ey Wacker, Wacker, bist du wach? Komm wieder zu dir, Mann. Bleib bei mir. Und es fliegt, Wacker. Das war gerade echt ne klasse Fahrleistung. Bis auf das Ende. Mach das Licht an, Pack. Hm, 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 hm. Der sitzt rüssig, ey. Geil, der Kurt. Der ist ein Fisch, Sarge. Irish, das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Richtig, schau mal, du jakst mir ne scheiß Angst ein. Pack, hilf mir, den Sitz zu überlegen. Wir sinken weiter. Scheiße. Wir holen dich da raus, dann. Hörst du? Niemand. Die Tür klemmfest. Scheiße. Das ist nicht alles anders als geplant, Irish. Der kam. Nimm meine Waffe. Was soll das Fisch dann? Die gehört jetzt dir. Was zum Hecht, was soll das? Wenn der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß! Nein, tust nicht! Los, Wacker, zerschießt das Femster! Das ist ein Befehl! Lass dich scheiße sein, Wacker! Rettet euch! Raus hier! Raus hier! Das ist doch Bullshit, Mann, hörst du mich? Schießt auf das Femster, sonst geht ihr alle drauf! Hm. Darf ich jetzt auch? Dankeschön. Wo wollen wir denn hin? Das ist die Frage. Ich möchte das Spielmenü eigentlich gar nicht öffnen. Oh. Hä? Echt jetzt? Wir hängen irgendwo... Oh, jetzt muss ich die Levels auch noch absuchen, oder was? Das ist doch nicht wahr. Oh. Da würde es sich dann vielleicht lohnen, mit einer Komplettlösung zu spielen. Denn die Thematik ist natürlich die, dass man... Übrigens, man muss schon mal sagen, ähm... Ich habe das Spiel jetzt ja schon eine Weile im Multiplayer gespielt. Ich bin irgendwie Level 12 oder sowas mittlerweile. Ähm... Mach's da ruhig. Ja, wenn's die anderen... Höh! Entspann dich, Pack! Wo zum Tränker warst du? Als die Übergabe schief ging, kam ich direkt hierher. Das waren Russen, oder? Speck Ops, eine Sekunde sind sie da, in der nächsten wieder weg. Wie ich durchatme, Mann? Hast du die Intel? Ja, ja, hab ich. Sehr gut. Scheiße. Das ist schon hell draußen. Wir müssen zum Abholpunkt. Weiß einer, wo Irish ist? Ich dachte, er wäre bei dir. Ich brech die Funkstelle. Tombstone 3, hier, Tombstone Actual. Wo bist du? Tombstone Actual! Komm aus Richtung Norden! Hier wird's brenzlig! Beweißiger Feuerschutz! Beweilen Rüstung! Verstanden, Irish, wir sind da! Wir kommen los jetzt! Mach dich bereit! Gebt dir mehr Deckung! Wir geben Irish Deckung! In der Kiste ist Munition. Das ist mir vollkommen egal. Kannst du dir ans Fenster! Ach so. Waffenkiste öffnen. Du kannst weitere Waffen freischalten, indem du in der Umgebung findest oder Aufträge abschließt. Nachdem du eine Waffe in deinem Besitz gebracht hast. Ist sie immer in jeder Waffenkiste verfügbar. Stell dich neben meine Waffenkiste, um deine Museum aufzufüllen. Ja, das Lustige daran ist jetzt, dass sie sind tatsächlich alle Waffen, die es auch im Spiel gibt. Zumindest ein Großteil davon, so wie ich das gerade sehe. Vielleicht nicht alle, aber sehr viele. Seitenwaffen nur eine. Das bringt euch aber hier überhaupt gar nichts. Also ihr könnt, auch wenn ihr sie hier freigeschaltet habt, sie dann nicht... Im Multiplayer nutzen. Hallo? Munition? Danke. Kann ich die eigentlich auch modifizieren? So wie im Multiplayer? Nein. Kein Zubehör, Kompensator und... Lass mich doch endlich mal schießen, ey! Wacker, Feinde in den Fenster! Sie haben mich festgenagelt! Sind noch mehr, siehst du sie? Toller Schuss, Wacker! Ich schieße! Noch zwei, links! Schalt sie aus! Verlass die Schule, ja, aber nicht mit nem Scharfschützengewehr, sorry. Zumindest so ein Pseudo-Scharfschützengewehr. Das sind keine Marksmanship-Rifle heißen, die Dinger, also. Stell dich nicht so an, Kinder. Alter, willst du mich denn verarschen? Lass mich doch einfach spielen! Was interessieren mich denn die ganzen kackten Meldungen? Ach, verdammter Dreck! War vielleicht nicht die beste Idee, hier runterzukommen. Wow. Ich sollte vielleicht dran denken, dass ich auf Schwerspiel... Nur mal so als Idee. Na, du Sack! Warum überlebst du das? Gibt's ja wohl nicht. Ich wünsche mir mal, wer so schnell im Multiplayer... Die Info, die ich von unserem guten Battle-Bro Fabian erhalten hab, stimmt wohl auch nicht ganz. Ich hätte mich behauptet, dass, wenn man nachlädt, das komplette Magazin verloren geht. Hallo! Könntest du mal bitte auch nachladen? Danke. Könnt ihr die mal kurz aufnehmen? AK-12. Hm, kann ich auch wieder zurückwechseln? Nein? Ich kann sie weglegen. Ey! Was ist das denn? Warum hab ich denn jetzt so viele Waffen dabei? Ähm... Wart mal kurz. Hm. Was ist das? Hm. Gadget-Lager öffnen. Ja, das gleiche. Granatwerfer oder C4. Äh... Tendenziell eher die Granatwerfer. Und wenn man sich überlegt, dass das eben alles mehr oder minder dynamisch hier ist. Das heißt, nicht vorberechnet oder dergleichen. Das ist schon geil. Oh, meine Sekundärwaffe. Haha, geil. Kuh halten für taktisches Visier. Ey. Was gibt's im Multiplayer auch nicht? T für Zoom. Oh, Mann, ist das umständlich. Ja, beide Schornsteine direkt voraus. Siehst du sie, Räcke? Die da? Was wollt ihr denn von mir? Im Südwesten müsstest du den Abholpunkt sehen können. Sollte ich? Das ist da hinten. Oder das da. Das ist der einzige, was ich sehe, ist eine Menge Schrott. Rücke in Richtung Abholpunkt vor. Ähm... Warte mal kurz, das ist Feuermodi. Dann geht's mit T, genau. So kann man das zuschalten. Hm. Sekundärwaffe. Was nehmen wir denn da? Eine Verstärkung? Die da sieht eigentlich ganz gut aus. Wobei wir natürlich auch die... Achso, die haben wir noch nicht. Hä, hä, hä. Überwacht, eure Sekunden. Toren, Augen auf das Ziel. Ruhe bleiben. Wir schützen, direkt voraus. Oh Mann, das ist übel, echt übel. Nicht so laut, Herr. Oh Mann. Na komm. Oh, jetzt reicht's mir aber. Wollte mich da verarschen. Mann, Mann, Mann. Als ob's so schwer ist, da einen zu treffen. Übrigens auch eine Sache, die mir möglichst früh anfangen sollte zu üben. Sie greifen automatisch dieselben Tropen an. Und dann sag ich... Blah. Anfänge! Oh Mann. 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 Könnte dieses Kack-Fahrzeug jetzt mal kaputt gehen? Hm. Will wohl nicht. Egal. Ich hab mich gerade unentschieden. Ich hätte gern als Sekundärwaffe eher was potenziell Sniperigeres. Ich meine, man muss es ja nicht übertreiben. Aber wenigstens so potenziell mal. Wäre schon eine Idee. Okay, dann gib uns die Ziele. Irgendwie coole... ...coole Waffen dabei gehabt. Halten, um AK-12 aufzuheben. Halten, um das aufzuheben. Verdammt. Ich hab ihn doch noch erwischt. Tja, ja. Äh... Wie sagt man immer so schön? Übermut tut selten gut. Aber ich möchte mich ja jetzt hier auch keinen Jahrhundert aufhalten. Also so gesehen. Ich muss mir mit diesen Waffen irgendwie noch zurechtkommen. Das passt mir irgendwie alles noch nicht so richtig. Komm her. Scharfschützenwaffe. Und hier nehmen wir... Was weiß ich. Eigentlich ist die AK-12 schon ganz gut. So ist es nicht. Aber die SCAR gefällt mir schon besser. Komm her. Komm her. Hubschrauber sind in echt auch nicht mal ansatzweise so stressfrei. Okay, warte auf Ziele. Hey. Oh, warum stehe ich denn nicht hinter der Ecke? Was soll denn der Dreck? Na komm, räuchern die mal da hinten aus. Da brauch ich mich gar nicht kurz drum kümmern. Das machst du schon alles für mich. Äh, Granate. Auch ein guter Tipp für den Multiplayer. Bevor man nachlädt, lieber die Waffe wechseln. Geht schneller. Komm, mach doch mal hier ein bisschen was frei. Das war ein Kopftreffer. Wow, 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 wow. Was geht denn hier ab? Übrigens. Auch alles schön dynamisch. Verdammter Dreck, ey. Verdammter Dreck, ey. Wir laden nach, warte. Hm. Wo denn? Squad Kill, echt? Warum wird mir das nicht angerechnet? Okay, warte auf Ziele. Zieler fast. Okay, ich schieße. Die hauen ab, rück weiter vor. Ja, bis du schießt, ist auch Weihnachten, Kollege. So, mal nachladen. Gleich geschafft. Bleib fachsam. Darum. Du wirst wohl unbedingt, dass ich eine Granate werfe. Okay. Gadgetwahl. Ja, wir bleiben weiterhin beim Standard-Granatenwerfer. Der ist einfach am gemütlichsten. Wie sieht es hier aus? Wir haben doch gerade eben was Neues freigeschaltet, oder? Eine Schrotflinte. Ja, nee, Kollege. Das muss nicht sein. Lass mich eigentlich verarschen. Wo die Jungs da auf dem Dach. Das gibt es aber nicht. Das hier wäre übrigens gerade eine Sache gewesen, die garantiert zum Tod geführt hätte im Multiplayer. Wollte ich nur mal so anmerken. Da steht ein explosives Ding. Das ist mir nicht so geil. Verdammter Dreck. Kackgranaten. Verdammter Scheiß. In den Rücken geschossen. Wer macht denn sowas? Wenn es nicht immer so lange laden würde. Ja, ist in Ordnung. Komm, geh mich auf den Sack. Das rumst und bumst. Schöne Sache. So, hier. Nächste Waffe. Ja, wunderbar. Noch mal nachgeladen. Komm. Räumen. Was geht denn? Von wo wurde ich denn jetzt getötet? Weißt du, was mich auch hier ein bisschen stört im Multiplayer? Eine Killcam wie im... Quatsch. Hier im Singleplayer. Eine Killcam wie im Multiplayer wäre auch eine sehr feine Sache. Na, irgendwie sollte ich mich mal daran gewöhnen, dass ich auf schwer spiele. Vielleicht wäre taktischeres Vorgehen doch wirklich angebracht. Aber taktisches Vorgehen ist so langweilig. Wer will schon taktisch vorgehen? Ganz ehrlich. Wer will schon taktisch vorgehen? Ach, stellt nicht so ein. Sack mal, da steht doch tatsächlich einer im Gras. Lass mich eigentlich verarschen. Guck mal, da ist noch einer. So, jetzt gehen wir mal kurz nach oben. Machen wir mal hier den Hinlegerich. Und picken uns dort die ganze Riege an Snipern, die sich da drüben verschampft hat weg. Gönnst du jetzt! Danke. Sterb doch endlich! So, komm. Wieder aufstehen. Setzen wir uns hier hin. Das ist eigentlich alles, was ich wollte. Eine goldene Medaille für Baku. Das reicht mir theoretisch dann auch schon. Hallo. Ne. Ich schätze aber mal, dass diese Modifier halt stark damit zu tun hat, auf welchem Schwierigkeit gerade ich spiele. Hm. Da drüben hat es Munition. Da sollte ich mal kurz hingehen. So, interessant, dass er immer nur drei Magazine mit sich rumschleppt. Alter. Gott, dieses Spiel ist so hübsch. Dieses Spiel sieht so gut aus. Komm raus. Ja, komm, macht ihr das. Ich hab grad keine Lust mehr da drauf. Ich will mal ein bisschen rumlaufen und gucken, ob es noch irgendwas Tolles für mich als Waffe gibt. Nee, nicht so wirklich. Gut, nehmen wir mal wieder eine etwas schlagkräftige Waffe raus. Was ist denn der? Auf was schießt der denn? Wow. Gott, sich das an, ey. Boah. Hammer. Ich muss natürlich dazu sagen, ich spiele das Ganze auf Ultra-Details. Du bist da im Drecksack. Und wie komme ich jetzt aufs Fabrik-Dach? Hm. Würde man das nicht mal sagen? Oh ja, ein Aufzug. Das ist immer gut. Könntet ihr noch ein bisschen langsamer laufen? Bitte. Oh, ich darf nicht auf ihn schießen. Drückt jemand mal den Knopf? Dankeschön. Ich würde mich da nicht so an die Kante stellen. Ja, von einem Heli. Darf ich übrigens mal anmerken, dass so ein Granatentreffer den Heli mindestens ins Straucheln gebracht hätte? Okay. Na ja, ein Versuch was wert, oder nicht? Was meint ihr? Ja, ich denke schon. Ein Versuch was wert. Aber nichts gegen Skriptelemente, ne? Da hat man einfach keine Chance. Wenn der Entwickler nicht will, dass du den Heli da jetzt runterschießt, weil es viel lustiger ist, ihm dabei zuzuschauen, wie er dich durch diesen Korridor jagt, dann will das der Entwickler so und danach hast du gefälligst zu gehorchen. Und jetzt muss ich einfach nur hier langsamer. Und jetzt musst du anfangen, da muss ich mich nicht mehr so stark finden. Bla 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 Fühlt sich dann irgendwo oben. Irgendwie die passende Waffe findet. Und jetzt? Ich bin in Deckung. Ich frage mich nur gerade, wo ich hin soll. Ach so, da hoch. Sag mir das doch gleich einer. Und das ist auch ein Problem des Multiplayers. Man bleibt laufend. Man bleibt laufend an Kacke hängen. An Trümmern. Hahaha. Alter Scheiß. Und das war 14 Minuten bevor sie im Wasser landen? Die sind mitten in der Wüste. Wo landen die bitte schön ins Wasser? Scheiße. Geht's dir gut, Mann? Heck, was ist mit Hawke jetzt und dem Rester-Crew? Das hat keiner überlegt. Hol dann von dem Wrack weg. Geht dicht. Er steckt fest. Börse Ups. Ich hol so lang weg, doch raus. Ah, mein Bein. Oh Mann. Oh Mann. Das ist keine Zwischensequenz. Ah, da ist das Auto. Der legt schon wieder irgendwo drunter. Racker, dein Messer. Wofür ist der Tatsch? Du musst das Bein abschneiden. Geht's was? Racker, komm her! Ein Volk in der Pfanne weiß nicht, dass Bein auf ihn überlebt. Na los! Der Knochen ist durch. Mich hat nur noch Fleisch und Uniform hier fest. Tu es! Schneid es ab! Hm. Wir müssen los. Ist der tot? Einmal nur ohnmächtig. Du bist doch Sardingale. Du bist das doch Mist. Das war nur drei Stunden kurz. Entdeckung! Runter! Runter! Los, hör'n wir ab'n! Der Heli kommt noch mal zurück! Nein, wir! Ich sage mal, Jörn, das sind okay, oder? Los! Nein! Los, hör'n wir wieder dann. Lässt du mich auch einsteigen? Danke. Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Tombstone, Fortress hat euch auf dem... Wo soll ich denn hier raus? Ja, Polo unterwegs. Folgt der Straße drei Kilometer nach Westen. Verstanden, Fortress. Ah, ja. Wo ist der Heli? Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Mein Bein. Meine Frau bringt dich um. Dann... Atme langsam. Du schaffst das. Wir bringen dich nach Hause. Du packst das. Wenn unsere Intel über Admiral Cheng und die Russen korrekt ist, keiner von uns nach Hause hat. Hört hier noch jemand die ersten Töne der Hymne? Halt durch. Fast schneller, Rack. Dann macht's nicht mehr lange. Pack, was ist los? Er tut die Blutverloren raus. Dann geht's hier drauf. Super. Das ist ja echt groß. Halt her. Dann können wir ihn abschütteln? Ziemlich unwahrscheinlich. Hm. Wo ist der verdammt? Wo ist der Himmel? Siehst du ihn? Ich hab keine Ahnung. Alter, dass die so Level tatsächlich nur für den Singles mehr bauen. Warum greifst du mir ins... Bist du voll beknackt? Lass die Schweine brennen! Komm her, Baby. Das hat ja vorhin schon nicht funktioniert, ne? So eine Scheiße! Nein! Darf ich mal anmerken, dass das das Meer ist und damit eine Küste hat, die etwa so flach ist wie eine Badewanne? Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunfer etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Sue es abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung. Und es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Hm. Soviel. Offensichtlich mal zur ersten Mission. Death Battlefield 4, Singleplayers. Schatzkriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Js Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft. Ist progressiv. Drängte die Regierung zur Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. J getötet hätten. Wenn die Operation aufliegt, hat Chang die Ausgabe. Die Rede, die er braucht um diese Wut, diesen Hass, gegen uns zurecht. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Oh, 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 oh. Wacker. Staff Sergeant Dunn hielt sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lass mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Für das Richtige. Falt nicht auf. Kein Platz für Fehler. Na toll. Stealth. Ich bin ja ein so großer Fan von Stealth-Missionen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin ja ein so großer Fan von Stealth-Missionen. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Peck. Ich mein, was soll ich hier denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Boah, Irish! Komm mal, sind die Finger. Tut mir leid, Miss. Es ist doch alles voll für einen Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir, wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, du hast eine autorisierte Infanterie. Bestanden. Ich glaub, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommt in der Gefahr. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Das sieht doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh, Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links. Das Gebäude ist links. Oh, shit. Wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zur Fußwarte gehen. Verstanden. Komm schon, Racker. Oh, Mann. Der Warten. Ja, ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß und tschöpö.